Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Xiaomi 14T einrichten könnt, also sozusagen die Erstkonfiguration. Zu allererst muss man das Telefon natürlich erstmal einschalten, das tut man, indem man diese Taste hier länger gedrückt hält. Habe ich jetzt schon gemacht, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Und ja, solltet ihr eine SIM-Karte eingelegt haben, kommt ihr eventuell jetzt noch eine PIN-Abfrage. Und wenn ihr die erledigt habt, dann seid ihr eben auch auf diesem Bildschirm hier. Okay, Xiaomi HyperOS, danach klicken wir hier auf diesen Pfeil. Wir wählen jetzt unsere Sprache aus, die wir gerne haben möchten. Ist ja alphabetisch geordnet, in der Regel wird es aber erkannt hier Deutsch. Und wir können auch den Text noch hier ein bisschen größer machen, wenn wir möchten. Klicken wir mal drauf oder man behält halt die Standardgröße bei, die eigentlich okay ist bei dem größeren Display hier. Dann klicken wir mal hier auf den Pfeil, um weiterzugehen. So, jetzt kann man ein Land auswählen. Das hat einfach rechtliche Gründe, weil in jedem Land gibt es verschiedene Unterschiede. Hier nochmal zum Beispiel, dass man Telefongespräche mitschneiden kann. Nur als simples Beispiel. Das ist in Deutschland natürlich verboten. Und ja, funktioniert dann dementsprechend nicht. Also wir nehmen Deutschland hier. Drücken dann hier auf den Pfeil. So, jetzt sind wir bei den Geschäftsbedingungen. Die muss man tatsächlich akzeptieren. Ohne die geht es nicht weiter. Dafür klickt er hier auf dieses Häkchen. Ich habe die Nutzungsvereinbarung gelesen und stimme zu und so weiter. Gehen dann auf den Pfeil hier. So, und jetzt kommen wir zum anspannenden Feld mit einem anderen Gerät einrichten. Also das heißt, das ist jetzt ein Punkt, wo man die Daten komplett von dem alten Gerät kopieren kann. Das klappt in der Regel sehr gut bei Android-Geräten. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, ich habe jetzt mein Handy mal genommen, da müsste jetzt gleich hier halt ein neues Gerät einrichten gehen. Dann geht er hier auf Einrichten und dann quasi verbinden sich die beiden Telefone. Und man kann die Daten tatsächlich hin und her ziehen. So, ich scanne jetzt mit meinem alten Telefon, scanne ich jetzt diesen QR-Code und danach passiert fast alles automatisch und er zieht alles rüber. Also wenn ihr die Daten kopieren wollt, macht das ruhig. Ich will in dem Video aber auch zeigen, wie man so ein Gerät jungfräulich einrichtet. Ich gehe nochmal zurück hier. Wenn das Gerät jetzt wirklich komplett neu ist und ihr habt es ja noch kein Smartphone gehabt, dann geht er hier auf Überspringen. Okay, jetzt sucht er nach SIM-Karten. So, SIM-Karte einlegen. Ich habe jetzt hier noch keine SIM-Karte drin. Kann man alles später machen. Genauso wie so ein eSIM-Profil aktivieren. Das ist sozusagen so eine elektronische SIM-Karte, ohne dass man eine physische SIM-Karte haben muss. Dafür fragt einfach euren Provider. Und dann kann man das sozusagen hier in elektronischer Form bekommen. Wie gesagt, kann man aber alles später machen. Wir richten das Gerät erstmal ein. Wir gehen jetzt mal weiter auf diesen blauen Pfeil hier. Jetzt Netzwerkverbindungen hinzufügen. Das ist das gute alte WLAN. Wahrscheinlich habt ihr auch so eine Liste jetzt mit WLAN-Geräten. Das ist alles, was in der Nähe ist und so weiter und so fort. Ihr sucht euch einfach euren WLAN-Namen raus. In der Regel findet ihr das auf dem Typenschild. Das ist gut, dass insofern ihr das nicht geändert habt, einfach mal hinten drauf gucken oder unten drauf gucken. Da steht es in der Regel immer mit drauf. Klickt jetzt nicht auf den Pfeil hier, sondern klickt auf das geschriebene Wort hier, weil nur dann haben wir die Chance, das Passwort einzugeben. Und das tue ich jetzt mal. So, wenn ihr euren WLAN-Code eingeben habt, dann klickt ihr hier auf Verbinden. So, dann wird alles überprüft und dann wird man gleich mit dem WLAN verbunden. Und, ja, wenn es nicht selber weitergeht, klickt ihr auf diesen blauen Pfeil hier. Und dann sind wir jetzt beim nächsten Punkt. Das Smartphone wird vorbereitet. Tatsächlich werden jetzt einige Informationen gezogen. Dauert manchmal einen kleinen Moment, aber das Telefon hat einen schnellen Prozessor. Also es durfte jetzt nicht allzu lange dauern. Dennoch spule ich einfach mal vor. Ja, bei mir hat das jetzt tatsächlich auch nur ein paar Sekunden gedauert, wie ich gesagt habe. Wie gesagt, das Gerät ist sehr, sehr schnell. Und jetzt sind wir bei Google. Da müssen wir uns anmelden. Das ist insofern wichtig, dass ohne diese Google-Anmeldung keine Apps runtergeladen werden können. Also ihr könnt ja kein WhatsApp haben und so weiter und so fort. Also das sollte man entsprechend haben hier. So, wenn ihr schon ein Konto habt, dann geben wir das hier gleich ein. Wenn ihr kein Konto habt, dann geht ihr auf Konto erstellen und folgt den Anweisungen. In der Regel hat man aber eine Google-E-Mail-Adresse. Und ich gebe jetzt meine einfach mal ein. So, wenn ihr eure E-Mail-Adresse eingegeben habt, klickt ihr dann hier auf Weiter. So, und jetzt müssen wir das Passwort dazu eingeben. Wenn ihr das Passwort vergessen habt, habt ihr unten nochmal die Möglichkeit, das zurückzusetzen. Über diverse Möglichkeiten darf auch den Anweisungen folgen. Ich hoffe, ihr kennt euer Passwort noch. Im Optimalfall, dann geben wir das jetzt hier mal ein. So, wenn ihr euer Passwort eingegeben habt, dann klickt ihr hier auf Weiter. Jetzt müssen wir euch den Nutzungsbedingungen zustimmen, weil ohne die geht es tatsächlich hier nicht weiter. Also ich stimme zu. Und jetzt werden die Kontainformationen abgerufen. Also alles, was Google schon über euch weiß, wird jetzt quasi nochmal erfragt. Apps und Daten kopieren. Ihr könnt ihr tatsächlich nochmal eure alten Apps und Daten wiederherstellen. Hatten wir doch gerade schon gehabt, vom alten Telefon aufs Neue. Ihr erinnert euch mit dem QR-Code. Gut, das ist tatsächlich hier nochmal eine andere Variante, weil hier kann man sozusagen aus der Cloud Sachen wiederherstellen. Das ist dann sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel euer Telefon verloren habt. Dann könnt ihr trotzdem die Daten wiederherstellen, wenn ihr möchtet. Ich gehe mal hier auf Weiter. Dann hat man halt so einen Datensatz, insofern man das damals gespeichert hat. Und kann dann das entsprechend wieder daraus herstellen. So, wir wollen aber unser Gerät komplett jungfräulich einrichten. Deshalb gehe ich hier mal auf Nicht kopieren. Wie gesagt, Daten könnte man später immer noch hin und her schieben. Und ja, jetzt sind wir bei den Google-Diensten. So standardmäßige Gerätesicherung verwenden. Das würde ich tatsächlich empfehlen. Das ist nämlich das, was wir gerade gesehen haben. Dann macht ihr halt so ein kleines Backup immer von den wichtigsten Funktionen. Und wenn euer Telefon tatsächlich mal verloren geht, könnte man die Daten damit zumindest in Teilen retten. Deshalb aktiviert das ruhig. So, dann haben wir hier den Standort verbinden. Das braucht man tatsächlich auch. Weil zum Beispiel, wenn ihr navigieren wollt mit Google Maps und so weiter und so fort, dann ist das elementar. WLAN-Suche zulassen. Den Punkt kann man tatsächlich rausnehmen. Tatsächlich, wenn ihr WLAN oder Bluetooth ausgeschalten habt, ist das trotzdem noch aktiv. Also der sucht quasi weiterhin immer nach Bluetooth oder WLAN-Geräten. Und wer das nicht haben möchte, der schaltet das einfach aus. Das ist nur sinnvoll, zum Beispiel, wenn ihr eine Smartwatch habt. Oder wenn ihr zum Beispiel Bluetooth-Kopfhörer habt und die sollen sich immer automatisch verbinden, ohne dass euer Bluetooth eingeschalten ist. Dann könnt ihr hier das eingeschaltet lassen. Aber ansonsten schaltet das aus. Verbraucht nur Strom. So, Nutzungs- und Diagnosedaten senden. Auch das würde ich ausschalten. Ja, also man muss ja nicht nur alles darüber schicken und so weiter und so fort. So, wir gehen mal auf mehr. Auf akzeptieren. So, Browser und Suchmaschine auswählen. So, man kann natürlich sagen, hey, Google, warum nimmst du nicht einfach Google? Ja, die EU findet das nicht so toll, dass halt Google nur Google nimmt. Deshalb muss Google halt auch die Chance lassen, andere Browser hier bzw. Suchmaschinen auswählen zu lassen. So, wir sind jetzt erstmal beim ersten Punkt. Den Standardbrowser kann man hier auswählen. Da kann man gucken, der Google Chrome Browser ist ein sehr guter. Alternativen wären Firefox, die sind auch sehr, sehr gut. Und ja, die sind eigentlich so die beiden bewährtesten. Internet, hier ist der Samsung Internet, das ist auch okay. Aber für mich halt Google Chrome oder Firefox sind halt die besten. So, wir bleiben einfach mal bei Google Chrome hier. Gehen dann hier als Standard festlegen. Kann sein, dass ihr übrigens eine andere Reihenfolge habt. Das ist immer zufällig hier. So, jetzt nochmal Standard-Suchmaschine festlegen. Also, über welche Suchmaschine wollt ihr primär gehen? Da ist Google halt auch immer noch das Maß aller Dinge. Microsoft Bing hat wahnsinnig aufgeholt. Die sind auch ganz gut. Aber Google ist halt immer noch das Maß aller Dinge. Manchmal hat man hier noch andere Suchmaschinen drin, die tatsächlich über die Google-Suche gehen, hier wie Wurschen, Hero und so weiter und so fort. Und die geben dann sozusagen die Werbeeinnahmen an karikative Zwecke und so weiter und so fort. Kann man auch dann nehmen und so weiter und so fort. Ansonsten, wenn ihr da unsicher seid, nehmt einfach Google. Da kann man nichts verkehrt machen. Auch hier als Standard festlegen. So, Bildschirmsperre festlegen. Sollte man immer machen, weil sonst, wenn ihr das Telefon mal liegen lässt, dann kann halt jeder da an eure Daten ran. Und das ist relativ uncool, ne? So, da gibt es mehrere hin. Gesichtserkennung, Fingerabdruck, ne? Oder nur Bildschirmsperre. Fingerabdruck für Gesichtssperren könnt ihr immer noch machen. Wir fangen erstmal mit der traditionellen Bildschirmsperre an. Man kann hier ein Muster nehmen, eine PIN oder ein Passwort. Passwort ist immer zu kompliziert, ne? Nehmt die PIN, dabei Passwörter sind auch mit Buchstaben und so weiter und so fort. Dann tippt ihr euch immer in Wolf, wenn ihr das Display entsperren wollt. Deshalb nehmt den guten alten PIN. Merke dir dein Passwort. Sollte man auch. Ihr könnt jetzt 4 bis 16 Stellen eingeben. 4 Stellen reichen in der Regel aus. Kleiner Tipp von mir. Nehmt einfach, wenn eure SIM-Karte auch eine PIN hat, nehmt denselben. Den weiß der andere sowieso nicht im Idealfall. Dann müsst ihr euch nicht zu viele PINs merken. Also zu viele unterschiedliche PINs. Okay, ich nehme mal 4 mal die 1. Bitte, bitte nehmt was Besseres. So, dann geht ihr hier auf diesen Pfeil, auf den blauen. Jetzt müsst ihr den PIN sozusagen nochmal bestätigen. Nicht, dass ihr euch vertippt jetzt hier an dieser Stelle. In meinem Fall war es ja 4 mal die 1. Bitte nehmt jetzt euren PIN, den besseren. So, klicken wir auf den blauen Pfeil. So, Einrichtung fortsetzen. Tatsächlich würde ich jetzt die Einrichtung weiter fortsetzen mit euch, weil wenn ihr das abbrecht jetzt schon, geht ihr euch immer auf den Keks, weil ihr halt das zu Ende machen möchtet. Deshalb zieht das durch jetzt. Wir gehen weiter hier in den blauen Button. So, Chatter mit Gemini, deinem KI-Assistenten und so weiter und so fort. Das ist dieser alte Google-Assistent, der ein bisschen aufgewertet worden ist. Und jetzt eben Gemini heißt es. So, geht auf weiter. Google Pay schneller bezahlen. Hier kann man zum Beispiel Kreditkarten hinterlegen und das Telefon dann später sozusagen an dieses Kartengerät nur ranhalten. Und man bezahlt dann darüber. Ist eher für Fortgeschrittene. Deshalb würde ich das Ganze hier erstmal überspringen. So, sonst noch etwas. Jetzt können wir noch weitere E-Mail-Konten hinzufügen. Also, wenn ihr jetzt nicht dieses Google-Konto benutzt, sondern eher eine andere E-Mail habt, dann könnt ihr das hier tun. Ansonsten hier kann man nochmal die Textanzeige ändern, wer sagt, hey, das war mir jetzt doch ein bisschen zu klein. Der kann die Schriftgröße noch ein bisschen größer machen hier. Aber ich würde maximal L nehmen, nicht zu sehr. Sonst kann man teilweise in bestimmten Sachen nichts mehr erkennen. So, Hintergrund ändern. Können wir immer nochmal an beide Apps auswählen. Könnt ihr auch immer nochmal an. Hier geht auf weiter. Smartphone wird vorbereitet. Klingt das schon mal ganz gut. Also, wir sind dem Ziel tatsächlich nah. So, jetzt haben wir nochmal Grundeinstellungen. So, fragt ihr nach dem Standort. Moment mal, das haben wir da gerade gemacht. Tatsächlich ist das jetzt die Abfrage nicht mehr von Google, sondern von Charmin. Standortabfragen. Wäre ich immer vorsichtig bei chinesischen Herstellern, weil das tatsächlich oftmals über China verarbeitet wird. Und oftmals braucht man das. Aber, also, lasst Standort drin. Nutzungs- und Diagnosedaten senden. Das würde ich auf jeden Fall ausschalten. Wie gesagt, die Sachen gehen nach China. Und da ist die Gesetzeslage halt immer so, wenn die chinesische Regierung eine Anfrage hat an chinesische Firmen, dann müssen chinesische Firmen Auskunft geben. Also, und deshalb, das nehmt raus. Automatische Systemaktualisierung, das kann man tatsächlich drin lassen. Werbung personalisieren, ja, da geht der Weg irgendwann hin, dass auf eurem Handy einfach mal Werbung auftaucht. Erste Experimente laufen schon, Leute. Deshalb Werbung personalisieren, nehmt das raus. Man merkt schon, wie penetrant jetzt nachgefragt wird, wenn wir das einfach nur abschalten wollen. Deshalb ausschalten, Leute. Ja, Programm zur Benutzererfahrung, das sollte man auch rausnehmen hier. Damit will halt Xiaomi seine Services und so weiter verbessern. Aber nichtsdestotrotz, es werden Nutzungsstatistiken und so weiter übermittelt. Hatten wir ja gerade. So System, D-Main-Berechtigung, das würde ich aktiviert lassen hier. Apps automatisch aktualisieren, das kann man auch drin lassen. Und Xiaomi Interkonnektivität. Das heißt, wenn ihr jetzt mehrere Xiaomi-Geräte habt, eine Smartwatch oder vielleicht noch weitere Handys, dann könnte man das hier anlassen, es ist jetzt euch überlassen. Okay, wir klicken auf den blauen Pfeil. So, Kindersicherung einschalten. Ja, das ist jetzt quasi, wenn ihr das Gerät quasi in einem Kind machen wollt, wobei ich jetzt bei dem Gerät nicht unbedingt denke, weil es sehr hochwertig ist, dann kann man sozusagen hier das aktivieren und dann gewisse Sachen deaktivieren, dass das Kind nicht das eine oder andere benutzen soll. Das wäre dann interessant. Aber ich denke mal, das Gerät ist jetzt für euch gerade, deshalb gehe ich hier mal auf den blauen Pfeil. So, Schrifteinstellung, hatten wir schon mal gehabt. Ist wie gesagt soweit okay. Ja, ihr könnt ja nochmal andere Schriftarten hier machen. Guckt einfach, was euch gefällt. Ja, das ist echt eine Geschmackssache. Danach geht er hier auf den blauen Button. So, Standardprogramm auswählen. Die klassische Übersicht ähnelt dem iPhone. Wenn ihr vom iPhone zum Beispiel kommt, nehmt die klassische Ansicht. Das ist auch so eine Ansicht, die Xiaomi einfach so übernommen hat. Oder wenn ihr von Samsung kommt, dann nehmt ruhig die App-Übersicht, weil dann habt ihr sozusagen nochmal einen gesonderten Bereich, wo alle Apps aufgelistet sind. Ansonsten sind alle Apps hier auf dem Startbetschirm. Egal, für was ihr euch jetzt hier entscheidet, ihr könnt das später immer noch ändern. Nehmt am besten erstmal die klassische Übersicht. Das andere könnt ihr dann immer noch machen. So, gehen wir auf den Pfeil hier. So, wir sind kurz vor dem Ziel. System vorbereiten. Das dauert tatsächlich hier und da manchmal noch ein paar Sekunden. Deshalb spule ich jetzt einfach mal vor. So, Einrichtung abgeschlossen. Das hat jetzt bei mir ungefähr 15 Sekunden gedauert. Also auch entspannt. Und wir gehen jetzt hier auf den Pfeil und sollten dann schon kurz vor dem Ziel sein. Genau, wir sind jetzt gleich drin. So, nicht wundern. Das Gerät sollte jetzt relativ träge noch sein, weil ihr einfach im Hintergrund wahnsinnig downloadet jetzt und auch alles einstellt und so weiter und so fort. Ich zeige euch jetzt noch mal ein bisschen das eine oder andere. Also hier haben wir den Telefonhörer. Klar, wenn ihr hier raufklippt, dann könnt ihr entsprechend hier jemand anrufen. Hier kriegt ihr das Wählfeld. Oder könnt ihr euch halt Kontakte hier hinterlegen und so weiter und so fort. Hier könnt ihr SMS schicken. Das ist der Webbrowser sozusagen. Hier könnt ihr das Internet und hier ist die Kamera. Hier über den Playstore kriegt ihr die Apps. Wenn ihr Apps runterladen wollt, zum Beispiel WhatsApp und so weiter, gebt ihr hier einfach um das Suchfeld WhatsApp ein. Und dann kommt es in der Regel hier schon. Und dann könnt ihr euch hier WhatsApp sozusagen runterladen. So, links neben der Kamera, wenn man hier runterscrollt, kriegt ihr Benachrichtigungen. Also hier würdet ihr zum Beispiel Benachrichtigungen bekommen, wenn ihr eine WhatsApp-Nachricht bekommt. Oder halt andere Sachen, wie jetzt hier, dass gerade was runtergeladen wird. Hier bekommt man alle Benachrichtigungen. Sozusagen, dass es was Neues gibt, was man wissen sollte. Rechts neben der Kamera, wenn wir mal runterziehen, sind wir im Kontrollzentrum. Im Kontrollzentrum sozusagen könnt ihr verschiedene Sachen noch mal aktivieren. Zum Beispiel Bluetooth, das ist dieses Symbol hier. Könnt ihr bloß ein- oder ausschalten. WLAN und so weiter und so fort schaltet ihr oben ein- und aus. Taschenlampe habt ihr hier, diverse Sachen, Energiesparmodus und so weiter und so fort. Ich werde demnächst nochmal so ein Tipps- und Tricks-Video machen, wo ihr das ein oder andere noch mal kennenlernen könnt. Ja, das war es schon. Das war erstmal das Wichtigste soweit hier. Und ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dem Gerät. Und ja, wie gesagt, ich werde demnächst noch ein paar Tipps- und Tricks-Videos machen und so weiter und so fort. Wenn ihr möchtet, könnt ihr am Ball bleiben. Vielen, vielen Dank erstmal fürs Gucken des Videos. Würde mich sehr freuen über einen Kommentar oder auch einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, vielleicht bis bald. Ciao.